Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Gaylord! Gaylord! Gaylord, you look kinda crazy, you move kinda lazy, see what he'll do. Gaylord, when you... Er ist nicht in der Bunker, nehm. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! 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 quiera Leute! ер! Verrat! 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 Vielen Dank.